Alles funkelt und glitzert. Das Center ist festlich geschmückt. Die Weberzeile bringt in der schönsten Zeit des Jahres die Augen der kleinen und auch großen Besucher und Besucherinnen wieder zum Leuchten. Unter dem Motto Weihnachten wie früher mit den Geschenken von heute bietet die Weberzeile in der Adventszeit ein stimmungsvolles Weihnachtsshopping mit zahlreichen Event-Highlights. Für Geschenkideen und stimmungsvolles Weihnachtsshopping sorgen die 50-Marken-Shops und der traditionelle Weihnachtsmarkt.